Katzen, die unberechenbaren Wesen. In dem einen Moment schlummern sie friedlich vor sich hin und im nächsten, bam, rasen sie wie die Verrückten durch euer Zuhause. Ihr habt das auch schon mal erlebt? Dann wartet mal ab, was wir noch so alles vor euch gefilmt haben. Einmal Pfötchen auf den Abo-Button bitte und dann auf zu 7 Situationen, die nur Katzenbesitzer kennen. Ist das gemütlich? Oh ja, allerdings nur für eure Katze. Kennt ihr das, wenn sich eure Sandpfote einfach überall breit macht? Vorzugsweise dort, wo ihr gerade arbeiten möchtet? Ob Tastatur, wichtige Unterlagen oder euer Lieblingssessel? Eure Katze hat sie längst im Beschlag genommen und schnurrt genüsslich vor sich hin. Unser Tipp, falls euer Schatz mal wieder xs3dv62-4xy34 über euren Account gepostet hat, nehmt es mit Humor. Ein Löffel für Erwin, ein Löffel für Koko. Was? Koko? Stopp, halt! Eure Katze versucht euch mal wieder das beste Stück vom Teller zu schnappen und starrt euch unentwegt an, wenn sie damit keinen Erfolg hat. Ja, das kennen wir. Und wir können euch leider nicht beruhigen. Das bleibt auch so. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist... Tja, äh, gute Frage. Was sieht eure Sandpfote denn da bloß? Oder was versucht sie seit einer gefühlten Viertelstunde zu fangen? Luft? Schatten? Gespenster? Naja gut, wenn wenigstens einer zu Hause den Durchblick hat. Vorsicht, Streu! Sie ist überall. Neben dem Katzenklo, im Wohnzimmer, auf eurem Sofa und... Wie bitte? Da auch? Ja, richtig. Manchmal sogar in euren Lieblingsschuhen. Katzenstreu! Und der Verursacher? Putzt sich gerade seelenruhig das Fell. Puh, wer bist du denn? Ihr habt endlich Zeit, richtig schön ausgebildet mit eurer Katze zu schmusen? Pech gehabt. Dazu hat die kleine Diva nämlich ausgerechnet jetzt überhaupt gar keine Lust. Dafür in einer halben Stunde, wenn ihr dringend etwas erledigen müsst. Oder morgens um drei, wenn es an eurer Schlafzimmertür kratzt. Mensch, seid doch nicht so unflexibel. Post ist da! Es klingelt und der Postbote drückt euch ein Paket in die Hände. Juhu! Die neuen Schuhe sind da. Sofort anprobieren und... Mist, die passen ja gar nicht. Also zurück in den Kater... Coco? Okay, die Schuhe bleiben wohl doch hier. Besser schmerzende Füße als eine unglückliche Katze. Psst! Da schläft einer. Keine Sorge, dem geht's gut. Wir haben nicht die geringste Ahnung, die man es in so einer Position auf nur drei Sekunden aushalten kann. Aber Hauptsache Coco fühlt sich wohl. Schlaf gut, kleiner Kater. Na, ist euch vieles bekannt vorgekommen? Oder habt ihr noch mehr lustige Katzen-Stories auf Lager? Also Popcorn steht schon mal bereit. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Ciao, miau und bis zum nächsten Video.